Hallo und herzlich Willkommen bei der nächsten Runde von PolyBridge. In meiner letzten Folge hatte ich eigentlich mit angefangen mit dem Double Jump, aber ich habe da über eine Stunde drangesessen, da habe ich mir gedacht, ok, dann schneide ich raus und mache das jetzt nochmal von vorne. Also, ich habe es da auch nicht geschafft gehabt, innerhalb von einer Stunde. Ich habe mir dann noch mal das Video von Zombie angeschaut, wie er es gemacht hatte. Ich probiere das jetzt von Zombie Nase bauen. Mal schauen, ob ich das schaffe. Schauen wir mal, er hatte da, hier hat er irgendwie so, steil, ah ne, nicht so steil, aber schon ein bisschen steiler, so, so, und, 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 so. Irgendwie war das, ne? Holz, hat er hier, 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 das hat er noch ganz durchgezogen, nee, nee, so, ein bisschen steiler, durch, weiß ich das, ne? So, ich wollte die ganze Zeit hier in Bohnen rein, kein Wunder, dass es das nicht gibt. Okay, das Style. So, dann hier irgendwie so verbunden, da, so, oder, 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 oder. Okay, das ist nice. Oh, das passt auch nicht. Ich glaube, so war das irgendwie. Gut, hier hat er... So, 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 so. No, doppelt Kre broker! Jetzt will er aber. So, ein Stück Draht gehabt und so ungefähr war das. aber ich habe schon mal gut nachgebaut wie zombie das gemacht hat na gut try again der ist hier eingestürzt also muss da vielleicht noch ein bisschen runter gehen bisschen runter gehen hallo hallo und da auch oh bitteschön so jetzt da oh der ist rot nicht gut der war steil und der war ziemlich flach ich hab's trotzdem geschafft danke zombie dank deiner hilfe hab ich es geschafft so dann nehmen wir mal schnell die nächste runde ich habe viel hydraulik und dann habe ich straßen acht straßen 1 2 3 4 8 straßen 8 straßen 1 2 1 1 müssen die springen noch eine straße frei führer doch doch die brauchen sie nicht na gut dann glaube ich mal ach warte mal das wird sein ich muss den griff wieder einschalten damit es auch schon gerade gebaut wird wusste ich doch noch einer stunde gut ok es ist nur eine kleine brücke ich habe vier hydraulics das habe ich noch alles wenn habe ich habe zwölf stahl stamm das ist doch nice wenn ich alles voller stahl mache und hier ein draht hinsetze und hier ein draht hinsetze 1 2 3 da sind sie übereinander das würde ich auch gut schaffen können warte mal ich bin da ich bin ja einer und da und da so jetzt probiere ich mal das ja ich probiere es mal aus Nur mal gucken, wie das aussieht, ob das klappt. Ganz hoch, ganz hoch, ganz hoch, ne Brücke ist so schwer, schade, 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 warum ist die so schwer, versteh ich nicht. Ne, sowas versteh ich nicht, na gut, aber so, würde ich ja, vielleicht hältst du ja so. Okay. So, so. Ach, warte, was mach ich denn hier? Gerade hoch, der auch. Der Hydraulic. Na ja. So, 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 so. Hier, der Hydraulic. Setzen wir den Baum runter. Und da, auf. So. 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 Schön höher. Nach links. Okidoki. So. Schon mal die erste Hydraulic. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, das passt. So, jetzt noch mal schön ein bisschen verbinden und gerade machen. Wenn ich das von vorne rein immer schön machen würde, dann würde es wahrscheinlich viel schneller gehen. Okay, okay, okay. Ah, schon wieder überschritten hier die Dingens. Das kann doch nicht wahr sein. Nö, das passt nicht. Oh, wie muss ich da was machen? Dass ich da auch weniger Geld bezahlen muss. Das ist so schwer. Also mit dem geringen Budget ist schon ziemlich heftig. Vor allem das sind Busse. So. Unterhaltebrücke doch niemals. Na ja, ich bin mal gespannt. Vor Budget, egal. Try again. Das ist ganz schön übel mit so wenig Budget. Dann muss ich mal für eine Straße ummachen. Willi, das ist so wichtig. So ein bisschen ein bisschen vorhandν suitcase, das Putz da Allez like. it muss manen und ein bisschen zu arbeiten? No meine Finally! Jetzt muss ich noch einmal kurz entdeckt werden, Das ist einfach nur so san geschenkester. Und wenn vertrend emp sistemas damit verbunden was zu machenverbind und zuぉeren, wenn ich prepare eine Bye-bye. Dann noch ein paar воды. Dann muss ich schall auf das Move von etwa geben. Naja, das ist einfach eine Frau von vorbeug poumacht. Ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, das geht nicht. Der soll doch weiter nach links. Ach, warte mal, der soll doch nicht ganz nach links der. So. Siehste, sieht doch besser aus. Also so ein Stahlstein ist genauso wie die Drohling. Da bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Nicht gut. Okay. So. Dann hören wir mal auf mit der Spielerei und machen das jetzt richtig. Den Punkt weg. Den Punkt weg. Straße setzen wir. So. 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 Tschüss. So. 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 Oh, das ist gut. Ich denke nicht, Sprung wäre da nichts gepasst. Bestimmt! So, Seil ist drin, wir brauchen Seil, wir brauchen Holz, Holz, Holz. Oh, Pastellation! Und jetzt sein Sein. Ah, das kann man nur. Durch den Sprung bricht die Brücke ein. Man muss ja es glaube ich noch stabiler machen. Jetzt vielleicht, was ist der Brot? Da ist noch Ringe gebrochen. Hm, wenn ich da anstatt Holz, Holz, Stahl nehmen. Ich denke mal, das habe ich geschafft. Aber jetzt darf nichts passieren. Der erste ist ja durch. Und jetzt sind wir auf der Schwerer. Nochmal. Nochmal. Das kann doch nicht wahr sein. Da oben wird es groß, da wird es groß, wo lang wird. Okay. Na okay, die können wir erstmal schnell durch. So. Da. Die brechen da weg. Okay, okay. Äh, ja die. Was waren die? War das der hier? Machen wir hier mal schnell rein. Oh, wenn wir schon mal dabei sind. Und jetzt so. Oh, jetzt aufstehen. Zack, 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 zack. Nein. Try again. Ich möchte nochmal schauen. Durch. Ja, auch durch. 50 Prozent. Verbrecher. Da. Eins, zwei, drei. Okay. Drei, drei, drei. Gut, 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 gut. Ah. Und jetzt. Zwei. Okay. Eins, zwei, zwei. Da. Drei. Garten mal rein. Da haben wir hier auch. Aber wenn der wieder. Oh, was ist das denn? Ach Mensch. Ich glaube, die hier bringen nichts. Ne, man muss es mir nicht. Wir haben auch noch mehr die Verstrebungen drin. Bringt auch nix. Und der? Jetzt passt es wieder vom Geld her. Ja. Ahoho, das war ein falscher Knopf. Warte mal, die haben wir nur so weiter. Und das hier. Und das Telefon abklingen. Schlimm, sowas. So, machen wir es so. Das sieht doch schön aus. Nehmen wir den weg, machen wir da Stahl rein. Nehmen wir den weg, machen wir da auch Stahl rein. Ha, guck mal, das passt ja bis auf 13 Dollar. Perfekt. Ja, ja, sieht doch schon mal sexy aus. Jetzt kann ich die Nachricht lesen. So, was steht denn da schön aus? Okay, nix besonderes. Zunächst. Oh, oh. Ähm, liebe Leute. Ich bedanke mich, dass ihr heute zugeschaut habt. Ich denke mal, es wird hier auch wieder ein bisschen länger dauern. Und weil das ist so ein Sprung. Und mit Sprüngen kann ich irgendwie nicht rechnen. Deswegen würde ich mal sagen, ich werde hier auch heute wieder mein Video beenden. Und beim nächsten Mal wir hier weiter machen. Also, danke, dass ihr so geschaut habt. Und beim nächsten Mal bei der Folge von PulliBlinch. Auf Wiedersehen. Bye, bye.